Stuhl richtig. Ich muss auch mal gucken, wie ich überhaupt aussehe. Was? Brauche ich noch irgendwas? Nee, nee, ich wollte nur gucken, ob mein Stuhl richtig steht. Es ist 18.45 Uhr. Hier sind die Nachrichten bei RTL. Mit mir im Studio, mit dem Sport in der Sendung ist wie immer Ulrike von der Gröben. Guten Abend. Ja, und das sind unsere Themen.